Und damit heiße ich euch herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Video. Und ja, nach langer Zeit mache ich jetzt einen Clash Royale im Video. Ich habe, äh, also, ich habe so richtig durchgesuchtet, habe jetzt eine PS4. Und ja, ich habe es richtig durchgesuchtet, die ganze Zeit geht ja auf 5, Far Cry 4 und so weiter. Deshalb hatte ich nicht so viel Zeit und Bock auf solche Sachen. Und ja, ne, also, ja, ne. Und ja, Leute, also ich hatte nicht so viel Bock auf Clash Royale, aber naja, jetzt machen wir aber ein Match hier. Ich, äh, ich werde, ähm, Dings, Clash Royale ein bisschen vernachlässigen. Leute, tut mir leid. Oh, shit. Level 5. GG. Boom. Level 5, was willst du? Hab ihn auf Level 5, was willst du denn hier machen gegen ihn? Es rutscht auch richtig schnell Richtung Anus. Natürlich. Er lässt einfach die Bogen schützen durch. Wie dumm kann man nur sein hier. Hm, er benutzt seine gute Karten nicht so. Tja, wir rushen den King Tower auf jeden Fall. Ähm, damit können wir viel, viel mehr Sachen machen. Errichten, anrichten. Und ja, wir rushen auf jeden Fall den King Tower. Ähm. Und ja. Ähm, wie ihr seht, kann er nicht so viel gegen machen. Ha. Noob. Äh, nein. Scheiße. Scheiße. Dachtest du wohl, ne? Dass ich dich durchlasse, oder wat? GG, Leute. Ist für jeden Fall GG. Noch nicht. Nein, 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 nein. Nein, es ist noch kein GG. Scheiße. Ja, ziemlich dumm, dass er nix geschützt hat hier. Ja, er ratzt halt aus. Juckt niemand. Ja, war ziemlich dumm, dass er nix gemacht hat gegen uns. Aber naja, was soll man machen? Es gibt auch solche Spieler auf der Welt. Und ja. Also ja. Ja, man endlich neue Sachen freigeschaltet. Zum Beispiel der Gore-Wall-The-Gang hier. Äh, freigeschaltet. Yes, baby. Ja. Gore-Wall-The-Gang benutzt aber kein Mensch momentan. Ich benutze es auch nicht. Finde ich scheiße, ganz ehrlich. Gore-Wall-The-Gang. Wer spielt sowas? Äh, eigentlich viele, aber... Gore-Wall-The-Gang ist nicht so meins. Ist nicht so meins, also Leute. Und, äh... Äh... Hier wer Kobold-Gang spielt, Respekt. Aber... Aber... Ich werde auf jeden Fall nicht Kobold-Gang spielen. So, Leute. Das war's für dieses Video. Hoffe, es hat euch gefallen. Und... Bye-bye. 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 Bye-bye.